Ja, also ich freue mich, die Runde eröffnen zu können. Mein Name ist Christian Merck, ich stelle das Projekt Lumitex vor. Wir sitzen hier in Heidenheim und wir sind im Sportbereich tätig. Das heißt, an welchem Problem arbeiten wir? Als Zitat Thomas Tuchel hat man in der Veranstaltung erklärt, er hat eine komplette Saison mit seiner Mannschaft nie auf dem kompletten Spielfeld trainiert, sondern immer in anderen Spielsituationen. Das heißt, diamantförmige Spielfelder, kreisrunde Spielfelder, immer andere Spielfelder. Und das ist eigentlich so ein Punkt, was wir gerade sehen, dass Trainer heutzutage im Profibereich ihre Spieler immer vor neue Herausforderungen stellen wollen. Also sie wollen neue Reize setzen, sie wollen unterschiedliche Spielsituationen herbeiführen und dadurch die Handlungsfähigkeit steigern. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie funktioniert Training gerade? Ich kann Hütchen aufstellen, ich kann Linien wie hier auf den Boden kleben oder abstecken. Ich kann den Platz kreiden, aber das sind alles statische Elemente. Das heißt, was wir machen, wir ermöglichen Vereinen dynamische Trainingsszenarien zu erstellen. Das heißt, wir machen Übungen über Projektion direkt auf dem Platz sichtbar und das Ganze ist flexibel, dynamisch anpassbar. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Größe der Übung ändern, ich kann Laufwege einblenden etc. Genau, eigentlich zwei große Vorteile für Vereine. Zum einen, es sind vollkommen neue Übungen möglich, dynamische Übungen, was ich heute einfach noch nicht kann. Und das zweite, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, das Thema Taktikvermittlung, Spielanalyse, Videoanalyse, was heutzutage noch viel über Beamer läuft, habe ich auch die Möglichkeit auf den Platz zu holen. Das heißt, wenn jetzt eben ein Trainer sagt, guck mal hier die Spielsituation, eigentlich hättest du da laufen sollen, da war der Raum, kann ich dem Spieler jetzt auf dem Platz direkt zeigen. Das heißt, der Spieler kann es perspektivisch einordnen. Das Ganze ist deutlich näher an der realen Anwendungssituation von dem Spieler. Das heißt, der Spieler lernt besser, lernt schneller. Ja, wo stehen wir? Wir haben einen Prototyp entwickelt. Ja, der Prototyp ist relativ hoch, also es ist jetzt so ein Projektionssystem. Wir haben einen interessanten Kontakt zum Verein der ersten Bundesliga. Mit denen testen wir einfach das System, wo könnten mögliche Anwendungsfelder sein, welche Übungen sind eben dazu geeignet. Und das Ganze fließt dann eben in unsere Produktentwicklung ein. Und eigentlich der nächste Punkt wäre jetzt, dass wir eben relativ schnell versuchen, einen seriennahen Prototyp zu erstellen. Mit dem wir dann eben das Thema Akquisition, Markteintritt weitergehen. Gut, jetzt habe ich noch drei Sekunden. Geschäftsmodell, also erstmal das System wird klassisch verkauft an Vereine. Später wird dann das Thema Content, also Trainingsinhalte noch interessant, weil ich dadurch natürlich, die Übungen sind alle digital verfügbar. Ich steuere das Ganze über ein iPad. Das heißt, ich kann auf Knopfdruck eigentlich Übungen in jeden Verein bringen. Ich kann Übungen von Guardiola theoretisch auf Knopfdruck im Kreisliga-Verein einsetzen und anwenden. Dankeschön. proud. == == == == == Untertitelung des ZDF, 2020